Hallo YouTube, was geht? Hier sind die German Hunter Killers mit einem kleinen aber dennoch interessanten Kommentar. Wie ihr im Hintergrund des Videos lesen könnt, habt ihr jetzt die Chance einer von den German Hunter Killers zu wehren. Was ihr dafür tun müsst ist ganz einfach. Ihr sendet uns eure besten Sniper Clips zu. Trick Shots, Feeds, Quad Feeds, Triple Colettes oder sogar Quad Colettes. Zu den Editoren. Ihr müsst oder solltet drei oder mehr Clips editieren. Dazu müsst ihr die Clips in der Videobeschreibung verwenden. Der Abgabetermin ist der 16. April. Die Gewinner und somit auch neuen Klarmitglieder werden dann circa eine Woche nach Abgabe der Clips in einem erneuten Video bekannt gegeben. Ich wünsche euch hiermit viel Glück und auch Spaß beim Meditieren und Clips erspielen. Am Ende des Kommentarys möchte ich mich im Namen des GRK-Teams für eure Unterstützung bedanken. Wenn euch mein Kommentier-Style gefällt, lasst einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Bis dann, haut da rein, euer Zero.